Elvis ist ein ausschlägiger Kettelgau und ist 13 Monate ein Jahr. Sie lässt sich nun sitzen, dann ins Platz. Die Rolle. Drehung, Drehung links, Drehung rechts. Was war das gerade? Winken oder? Das ist wirklich acht durch die Beine. Das ist gut. Sauer. Drehung, super. Verweigern des Futters. Sie schmeißt da jetzt weg. Der muss da drinnen bleiben. Ganz, ganz klasse. Aber ich kann sagen, er ist fast auf der Rute getreten. Jetzt riecht es einfach ein Leckerchen an. Super gemacht. Riesen Applaus. Ich darf mal ein Leckerchen natürlich mal aufessen. Das war's. Das ist ein junger Hund. Ein Leckerchen auf der Nase. Super. Super. Der Hochwerdenanstalt funktioniert mit dem Schnapp. Give me five. Give me ten. Super. Ich sehe das jetzt nicht, aber ich denke, das ist Leckerchen auf den Foten. Richtig. Leckerchen auf der Nase. So, dann gehen wir zurück. Geht das? Das ist anstrengend. Jetzt schiebt der bestimmt, oder? Oh. Das ist Griechen. Klasse. Geht das noch ein Stück länger, dieses Griechen? Ja. Dreh dich mal um. Zur anderen Richtung. Nochmal. Ja. Super gemacht. Wenn ihr dann so, das sind solche Sachen, die wir dann für sich, ja genau, so Drehungen oder beziehungsweise den Hund, wenn er sich anschmeicht für irgendwas, dann den Hund erstellt. Schießen. Toll gemacht. Riesenapplaus für euch. Applaus